Eieiei, Leute, was war da am Wochenende los bei Bösemann und Manuelsen? Unglaublich. Der Beef der beiden lief bereits seit circa einem Jahr und begann kurz vor dem Kampf zwischen Bösemann und Sinan G. Irgendwann dann forderte Böse Manuelsen zum Kampf heraus und Manuelsen nahm kurzerhand an und jetzt, Samstagabend, war es dann soweit. Veranstaltet von GMC gab es ein großes Event mit Manuelsen gegen Bösemann als Hauptkampf. Angesetzt war deren Kampf auf fünf Runden und da Bösemann nicht nur kleiner, sondern auch um die 45 Kilo leichter war als Manuelsen, war die Stimmung vor dem Kampf ganz klar so, dass Manuelsen das Ding wohl auf jeden Fall holen wird. Doch es sollte ganz anders kommen. Denn in der dritten Runde geht dann Manuelsen, der vorher sehr passiv im Kampf wirkte, plötzlich das erste Mal zu Boden, steht wieder auf, es geht direkt weiter und wenig später liegt Manuelsen dann nach mehreren guten Treffern von Bösemann wirklich final und der Ringrichter beendet den Kampf. Bösemann gewinnt durch technisches K.O. gegen Manuelsen. Seitdem kann man sagen, brennt im Internet die Hütte. So ein Haufen Statements, wir gehen rein. Zunächst einmal wurden sowohl Bösemann als auch Manuelsen direkt nach dem Kampf, noch im Oktagon, interviewt. Manuelsen beglückwünscht hier Bösemann, bedankt sich bei seinem Trainer und zeigt sich das Verlieren eigentlich ganz gut wegsteckend. Wenn ich verliere, dann verliere ich. Das ist gar kein Problem. Aber ich kümmere mich jetzt wieder um meine Angelegenheiten, alles cool. Und auch Bösemann gibt Manuelsen seinen Respekt und zieht's dann auf die faire sportliche Ebene. Einer, der einem Mann gegenübersteht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist kein Verlierer. Ebenfalls nimmt Bösemann dann noch einmal Bezug darauf, dass sich nur wenige Tage vor dem Kampf nochmal auf Social Media ordentlich gezankt worden war, weil Manuelsen bei der Pressekonferenz Bösemann nicht habe in die Augen gucken wollte. Schlussendlich gibt's dann aber endlich einen abschließenden Handshake. Manuelsen, aber jetzt guckst du mir in die Augen. Also fairer Handshake. Im weiteren Verlauf des Wochenendes erklärte Manuelsen dann recht ausführlich die Hintergründe zu seinem Verlieren und es gab Statements von Sinan G, PA Sports, Casey Rebel, Asche, Bushido, stichelte etwas und und und. Aber erstmal kurz. Ja, ich weiß. Du willst dir ein Beispiel an deutschen Rapper nehmen und gerne jetzt sofort mit Testo-Spritzen anfangen. Aber starte doch vielleicht erstmal mit Kreatin von Sekt Plus und da gibt's anders als beim Straßenapotheker auch noch 10% Rabatt. Mit dem Code PEP10. Noch am Abend des Kampfes haute Manuelsen auf Instagram eine Story raus, in welcher er dann, finde ich, doch ein wenig geknickt wird. Also meine Freunde, wer jetzt denkt, wir müssen uns verstecken, wir müssen uns nicht verstecken, der Kampf ist vorbei, die Gegenseite ist der Gewinner. Manchmal leben ist so. Ich küssere Herzen. Ich hab euch das gesagt, manchmal Gottes Wege sind unerwundlich, aber wir sind keine Hater, wir sind Männer. Auch jetzt. Und ja, wir nehmen das hin und geht's weiter. Nächste Woche weiter ins Training, Album, Tourplan und weiter geht's. Was soll ich was sagen? Also, bleibt stabil, feiert euch und bis morgen. Doch später schien sich das dann schnell wieder gelegt zu haben und Manuelsen beschrieb beispielsweise das Gefühl zu verlieren, indem er schrieb, gehört dazu. Er hätte auch verlieren können, dann müsste er diese Fragen beantworten. Für mich ist das enttäuschend, aber nicht schlimm. Weiter geht's und meine Meinung bleibt trotzdem die gleiche. Außerdem sagte Manuelsen ganz generell, Ich sehe das sowieso nicht so drastisch. Natürlich tut mir leid für die Schababs, die alle gekommen sind und natürlich einen Sieg hätten sehen wollen. Für die tut mir das natürlich leid. Aber das sportliche Event ist so wie ein Fußballspiel. Der eine gewinnt, der andere verliert. Oder unentschieden halt. Jetzt hab halt ich verloren. Was ich meine ist, das ist halt keine große Sache. Dafür, dass es am Ende dann nicht geklappt hat, sieht Manuelsen offenbar gleich mehrere Gründe. Zum einen nämlich schrieb er, Training und Arena sind zwei Paar Schuhe. Sehr viel Druck und Angst zu enttäuschen haben mich blockiert. Aber das muss auch geübt sein. Es ist schwerer, als ich mir vorgestellt habe. Egal. Außerdem sagte er, Bruder, es lag daran, dass es so eine Arena war. Die Leute gingen rechts und links hoch vor mir und hinter mir. Und ich war überall, außer im Kampf. Ich hab oben meine Schwester gesehen, meine Nichte, unten meine Frau gesehen, da meine Jungs. Und ich hab auf alles geachtet, außer auf den Kampf. Ich hab mir gedacht, du darfst nicht enttäuschen, du darfst es nicht verlieren, du darfst nicht dies, das. Und ich konnte nichts abrufen von dem, was ich im Training gelernt habe. Und zudem habe er, wie er sagt, Probleme mit seinem Distanzgefühl gehabt, auf welches er sich nicht habe verlassen können. Ich hätte im Training noch ein bisschen mehr sparen sollen und hätte ein bisschen mein Distanzgefühl besser trainieren sollen. Weil ich stand da die ganze Zeit und wusste nicht, bin ich jetzt nah genug dran oder nicht nah genug dran. Und ich wollte auch nicht, ich wollte auch nicht, dass er nah genug zu nah an mich rankommt und schon meine Größe ausnutzen. Aber ich hatte kein Gefühl für meine Distanz. Das war der Point. Und das sind ja voll die Rechenaufgaben, mitten im Kampf bei so einer Arena. Und ich bin jetzt auch kein Vollprofi mit 200 Kämpfen oder so. Bösemann unterschätzt habe er seiner Meinung nach aber nicht. Dafür aber die Situation als Ganzes in der Halle. Ich hab einfach das Lampenfieber unterschätzt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt was anderes, als ob ich da hingegangen wäre und hätte rappen müssen oder singen oder sonst irgendetwas. Das ist ja easy. Und so antwortet Manuelsen auch auf die Frage, was denn los gewesen sei. Bösemann habe doch gar keine harten Treffer gelandet. In dem er schreibt, doch, ein rechter Haken war gut getroffen, der hat mich rausgebracht. Manuelsen wurde dann unter anderem auch vorgeworfen, seit 20 Jahren immer eine große Fresse gehabt zu haben, um jetzt am Ende quasi nichts zu liefern. wozu Manuelsen erst schrieb, ich hab auch immer noch große Fresse, auch die nächsten 20 Jahre, um dann auch generell auf diese gegenseitigen Ansagen und dies, das, jenes vor dem Kampf einzugehen. Guck mal, eine Sache möchte ich klarstellen. Ich hab nicht viel geredet, okay? Natürlich hab ich am Anfang meine Witze gemacht, so wie er sie auch gemacht hat. Hab ich so ein bisschen diesen Shit-Talk gemacht. Aber im Grunde genommen war meine Message, wo der Werden dieses Ding geht und gewinnt, entscheidet Gott alleine. Gestern hat Gott entschieden und so ist es gekommen und ich füge mich dem. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Dieses bisschen Gequatsche hat er gemacht und ich gemacht. Das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Aber, wie gesagt, ich hab keinerlei Problem damit. Gar kein Problem damit. Keinerlei Problem damit. Weil es eine sportliche Auseinandersetzung war und am Ende einer gewonnen hat. Schlussendlich aber sei dann zumindest körperlich auch nichts Wildes aus diesem Kampf entstanden. Denn bis auf Muskelkater hatte Manuelsen am nächsten Morgen wohl gar nichts. Im Laufe des Tages entwickelte sich anscheinend dann noch irgendwas an der Schulter. Ja, ich hab ein bisschen Schmerzen in der Schulter. Ein bisschen. Aber ansonsten hab ich nichts. So. Auf eine Anspielung auf die ganze Animus-Geschichte, welche natürlich jetzt irgendwie recht nahe liegt, antwortete Manu dann übrigens noch das hier. Der Haken, der mich getroffen hat, war härter als der, der ihn getroffen hat. Doch nicht nur Manuelsen haute so einiges über den Kampf raus. Auch generell war es das Thema am Wochenende im deutschen Rap. Und so gibt's Statements der quasi halben Rap-Szene. Sinan G beispielsweise, langjähriger Wegbegleiter von Manuelsen, wo es in den letzten Monaten ein bisschen gekriselt hatte, zeigte sich nach dem Kampf sprachlos und traurig in seinem Vlog. Kampfsportler Asche, wo auch ein Song mit Manuelsen in den Startlöchern steht, lud ein YouTube-Video hoch, wo man unter anderem sehen konnte, wie er selbst den Kampf sich angeguckt hatte. Hier sagte Asche am Anfang noch, seine Prognose sei, dass Manuelsen Bösemann in den ersten zwei Minuten auf die Bretter schicken werde. Asches Reaktion. Als Manuelsen dann aber tatsächlich zum zweiten und dann auch finalen Mal zu Boden ging, sah dann wohl so aus wie bei uns allen. Digger! Was ist da gerade passiert? Oh, ich bin schockiert, Bro. Der ebenfalls langjährige Wegbegleiter von Manu, PA Sports, zeigte nur kurz nach dem Kampf seinen Support für Manuelsen, indem er ein Foto von sich und Manu postete mit dem Zusatz Ruhrpott. Doch es gab auch nicht nur Support. So nutzte der langjährige Beef-Gegner von Manuelsen, Bushido, die Gunst der Stunde, um direkt nach dem Kampf ein bisschen zu sticheln. Also höchstwahrscheinlich. So schrieb Bushido in seiner Instagram-Story Auf diese Story von Bushido reagierte dann übrigens später auch wieder Manuelsen und sagte Also, ich weiß nicht, ob er mich meinte damit. Wenn er mich meinte, dann ist ihm halt einfach nicht mehr zu helfen. Er weiß halt nicht, was man es bedeutet, halt einfach dann das auch mal sein zu lassen. Ich lasse mich davon auf jeden Fall nicht beirren. Nach wie vor habe ich keinerlei Interesse mit ihm, mich zu streiten. Und meine Worte, die ich ihm die letzten Wochen gegenübergebracht habe, waren ernst. Wenn er jetzt meint, dass er es machen muss, dann muss das wohl irgendwas für ihn bedeuten. Dann soll er es halt machen. Mir persönlich bedeutet das gar nichts. Ich bin da drüber. Und ehrlich gesagt, ich finde schon einfach, dass er diesen ganzen Zirkus hinter sich lassen kann. Und einfach mal drauf scheißen kann einfach. Ist alles cool. Weißt du, ich meine, das war ja jetzt auch nichts. Tag, Tag, Tag. Ja, Hobby. Dass die Leute jetzt ein bisschen schadenfroh sind, kann ich auch verstehen. Was ich meine, aber so, was soll ich sagen. Alles Liebe von hier aus. Doch größtenteils gab es Support für Manu. So schrieb beispielsweise Telston, mit welchem Manu auch immer öfter im Vorhinein trainiert hatte. Lief nicht wie geplant. Aufstehen und weitermachen, mein Bruder. Es ist okay. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Für mich ändert sich nichts. Du bleibst mein Bruder. Massiv zeigte kurz vor dem Kampf noch seine Unterstützung für Manu Elson und sagte, nachdem dann dieser verloren hatte, folgendes. Hallo, meine Freunde. An alle, die den Boxkampf geschaut haben. Ich weiß zu 100.000 Prozent, was mit unserem Bruder Manu los war. Man muss jetzt auch gar nicht darüber reden. Ich weiß es. Ich weiß, was mit ihm los war. Was aber auch gar kein Problem ist, denn er hat sich der Situation gestellt, obwohl er das nicht muss. Er ist absoluter Künstler und ist ein Entertainer, den es kein zweites Mal hier in Deutschland gibt. Er ist mit Abstand einer der besten Menschen, die es hier gibt. Und er hat sich gerade gemacht. Aber er hätte es müssen nicht. Und ich weiß ganz genau, was mit unserem Bruder los war. Und deswegen finde ich es trotzdem krass, dass er trotzdem angetreten ist. Obwohl so viel Druck auf ihn gelastet hat. Er hat so viel zu verlieren gehabt. Und das ist ein Punkt, den man nicht genau erklären kann. Ich liebe dich, Manu. Krass, dass du dich trotzdem gestellt hast. Love you. Ich liebe dich, Woller. Casey Rebbe schrieb im Rahmen einer Instagram-Fragerunde, Manuelsen ist immer mein Bro und abgesehen davon eine Deutschrap-Legende. Meine Meinung, er hätte den Kampf nicht machen müssen. Aber Respekt an beide, dass sie das durchgezogen haben. Und ganz zuletzt könnte es sein, dass die böse Mann-Manuelsen-Story damit auch noch nicht gänzlich vorbei ist. Denn scheinbar hat Manuelsen Bock auf einen Rückkampf. Könnt ihr euer Haus gern führen, wie es eigentlich ist. Natürlich. Am liebsten, so sagt er, würde er sogar ohne große Mengen an Zuschauern einfach in einem Gym diesen Rückkampf machen. Das war ja sogar ursprünglich mal im Gespräch für den Manu-Bösemann-Kampf, als die Planung da noch ganz am Anfang stand. Es dürfte also weiter spannend bleiben. Da wird reingehauen, was ist Teugeld, Alter. Ich schwör.